okay wir haben jetzt ein bisschen kapete nicht viel was reicht nicht irgendwo ein schilder noch eingesammelt so schlimm und dann habe ich ganz sicher hier noch irgendwo nein ja das hätte ich gern dankeschön so viele katzen hätte ich gedacht dass ich das mal sage ich habe zu viele katzen und ich noch von dem holz brauche ich auch noch aber jetzt brauche ich vor allem erst mal das und ein bisschen davon jetzt nicht zu groß wird einmal fliegt eine mutter um okay ganz so groß muss es dann auch nicht das zu klein zu klein ist dein ok es gibt doch immer so eine drei mal drei großen einmacher aus süß bin pixel muss ich das hier einmal komplett ein umrahmen geht doch nichts ich glaube manchmal für mich hat verarschen es gibt doch bilder die dreimal drei große waren oder nicht dann muss ich das größer machen ich brauche mal eben hier genau die halt das ist vier mal vier never mind würde auch gehen dann wird es vier mal vier und so aber dann machst doch jetzt haben wir hier schon vier mal vier groß und wir machen es ein bisschen schmaler natürlich auch zwei mal zwei groß aber was soll's dann hat sich das ganze vielleicht nicht ganz so auch nicht ist das ganze zweimal zwei hoch aber nein das war verkehrt ist das ganze dann geht wir machen wir machen einfach wir sind nicht jetzt gerne ein bisschen größer dankeschön wird gerne bin oder beschäftigt mein körper nicht verarschen jetzt kommt damit ein zwei hoch willst du mich verarschen dann jetzt ja vielleicht nicht unbedingt da lang wirklich jetzt kommt über den zwei jahren nein ja aber wenn du mir jetzt ein schönes kipps oder gibt es nur die zwei haben wir sofort ich brauche ein bisschen mein kraft mal gerade mord bekommen wenn es aussieht alles klar schön dass du da warst und viel spaß bei dem was du noch vor hast einfach zu großen er kam oder ging gerade okay schon mal so okay kalesi ich habe ein problem ich komme gar nicht zu dir weil ich gar nicht genug level hat groß meine alle wo habe ich meine ane habe ich die hier ist eine ist eine ane aber ist das meine ane hier ist noch ein schwert hier ist noch ein buch das noch ein buch ok und ich habe hoffenweise verzaubert das zeug was ich in zaubern könnte ich glaube ich muss ganz kurz ein zeug loswerden noch ein blutmond ok zwei kalesi musste mal zu mir kommen schild ist das flüstern von diesem stadt da oben passt jetzt wunderbar zu dem aktuellen mond hier ist noch ein paar level zurück das muss ich noch einschmelzen ok beziehungsweise das könnte man für was anderes was wollte ich noch ein zaubern wenig doch hier meine ane also wirklich ok ok flütteln flütteln dann sind sie gleich sie kommt es einfach erst mal zu mir hier ist sicher Ich hatte jedenfalls schon lange nichts mehr angegriffen, zum Glück. Toi, toi, toi. Irgendwo hatten wir doch schon golden Nackys. Oder? Wie sie kennen, Nackys? Ja gut. Das stimmt dann wohl. Jetzt wäre es auch ein bisschen ungünstig, aber ansonsten wäre es halt zum Spawn. Und vom Spawn dann einfach nur der Südwesten, Südöstlich. Alles gut. Kein Stress. Einfach gar kein Stress. Komm trotzdem... Oh ne, lieber nicht jetzt zu dir. Zum Gucken, weil sonst... Ich mache mir ein bisschen Sorgen nicht, dass ich dir da jetzt gleich was kaputt mache. 28? 5. Dankeschön. Gehst du jetzt schon ins Bett? Okay. Schön, dass du da warst und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich habe einen neuen Rucksack. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, immer noch nur gesagt. Welche haben wir denn hier? Blocks? Ich den schon? Okay. Oh, dankeschön. Das war sehr hilfreich. Aber die Level sind meine. Oh. Hat er ihn fallen lassen? Wahrscheinlich nicht. Eisen hat er fallen lassen. Äh, Quatsch. Kupfer hat er fallen lassen. Kein Eisen. Ja, gut. Schade. Oh. Hallo. War das ein Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, eine Spitzacke. Warte, warte. Was kommen weg? Das kann weg. Ach, das ist eine Steinspitzacke. Nöt. Brau ich nicht. Never mind. Da oben sind sie alle. Hi. Ich glaube, ich muss mal wieder... Platz machen hier. Im Inventar. Oh, neun Level? Fehlt nicht mehr viel. Das ist Level 12. Und dann kann ich mein Schwert reparieren. Hallo, Mr. Enderman. Können Sie mal kurz stehen bleiben? Ich möchte Ihnen helfen. Dankeschön. Oh. Oh. Das können wir noch zusammentun. Äh, nee. Das können wir noch wegräumen. Die können wir noch wegräumen. Okay. Bin ich noch mehr unterwegs? Wie man mal kurz erschlagen kann. Ich bin noch ein paar Level betroffen. Das sieht doch gut aus. Ups. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, ich bin hier. Nein. Er dudelt noch was. Ist das von da oben oder da unten? Level 12 haben wir fast. Wir haben ein Level 12. Wir haben ein Schwert reparieren. Immerhin. Und so Khaleesi. Wenn das so weitergeht. Muss ich nur alles reparieren. Nee. Wie soll ich schon wieder so viele Pfeile? Okay. Nee, wir gehen da rein. Komm. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. 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 Okay. Schwert. Schwert. Gutes Schwert. Sehr, sehr gutes Schwert. Und wie war das noch klappenhaus? So lange wie der Blutmund noch scheint. Oh, sind sie? Oh, sind sie? Hier hinten irgendwo, ne? Oh. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wie bist du so schnell? Hast du's tun? Glück gehabt. Nicht gesehen? Ups, 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 ups. Irgendwas, was wir gar nicht brauchen. Noch ein Arm. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Eisen bauen. Dankeschön. Okay. Wir haben genug umprobiert. Danke. Danke für's anschubsen. Wollt ihr nach Hause. Dankeschön. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Au. Au. Ja. Okay. Und der Blutmund ist vorbei. Sehr schön. Hallo. Hallo. Ja. Ich hab euch doch schon gefüttert. Das war uns ziemlich schön da. Hab ich mich mit den Katzen übernommen? Vielleicht. Ja. Mal gucken. Ich glaube, das brauche ich erst mal nicht mehr. Ups. Die können wir hier einfach reinzudeln. Das ist kein Problem. Ups. Sind die Eichen? Ja, das bin ich nicht immer gut. Oh, so viel. Ups. Okay. Ich würde sagen, der Hut muss repariert werden. Keine Ahnung wie. Theoretisch müsste er mal repariert werden. So. Welche? Das ist meiner. Der hier. Den machen wir mal alle. Alles, was wir... Noch im Wasser einmal. Alles, was wir jetzt irgendwie erstmal nicht brauchen. Enchanted Golden Apple. So hatte ich schon mal einen. Ich weiß nicht, wo ich den hingeschmissen hab. Wir sind zwar Enchanted, äh, da sind zwar Golden Apples drin, aber die sind nicht Enchanted. Jetzt weiß ich halt nicht, wo ich den Enchanted bin. Nicht hier. Auch nicht da. Aber wohin? Enden Nuggets. Mit den ganzen Nuggets ist auch die Frage, ne? Nee. Die haben wir bestimmt hier auch irgendwo. Da haben wir so gut. Ähm. Mal gucken. Was passiert, wenn wir den da reintun? Irgendwie dann Zimt? Oder kriegen wir nur das Holz? Nicht nur das Holz selber nochmal, äh, dann, äh, scheren? Sozusagen? Oder? Mal die Kekse. Was dann jetzt mit anderen? Und so viele von denen brauchen wir dann ja glaube ich nicht. Das kommt erstmal weg. Also noch den Platz. Zimt kommt hier, die Zwiebeln, theoretisch woanders hin, aber was solltet, sagen wir gar keinen Platz für. So, jetzt habe ich einen leeren Rucksack. Das ist noch ein leeren Rucksack. Also beziehungsweise einen, der gleich leer ist. Habe ich Blocks schon. Schön. Die ist auch neu. Cool. Okay, dann habe ich jetzt zwei leere Backpacks, die ich an den Sporn verschenken, am Sporn verschenken kann. Na ganz ehrlich, ich habe nicht viele Rucksäcke. Das sind aber eigentlich eher die Holzbox. Miep, miep. Ähm. Da war doch mal einer davon. Okay, der war auch neu. Und ehrlich gesagt, möchte ich den auch gerne komplett leer machen und auch hier lassen, weil ich hier will. Ich habe schon wieder zu viel Zeug. Ich bin schon wieder überfordert. Der Rally geht jetzt hier eigentlich mit seinem Ding weitergemacht. Dein Laden ist immer noch nicht fertig. Gucken wir doch mal an, was Khaleesi gemacht hat. Möglichst ohne hier irgendwas zu zerstören. Aber die Wege hier sind schon echt schön bei ihr. Das ist ein großer Garten. Bery, bery, pretty. Bery, bery, pretty. Hm. Boah, auch so viele Wege. Man weiß gar nicht, welchen Mann zuerst laufen soll. So, da geht's runter in die Mienen? Hm. Wir müssen. Oh, ne Kupferfarm. Auch sehr hübsch. Hier soll wo was hin? Hm, mhm. Oh. jetzt hat sich ein bisschen tage und ein bisschen terraform sehr schön gibt es sie hat mir hinter die hintertür muss ich nicht aber wenn man hier so lange läuft für richtig schöne szenerie ok dann einfach nur eine wasserrutsche drunter und hier geht es einmal runter brücke und dann wieder hoch wie weit geht der weg sagen ein bisschen weiter aber ich glaube ich wo ich das gerade gesehen habe dieses loch da ich glaube ich muss kalesi öfter mal besuchen heißen noch in der nähe wo ich drin buddeln könnte ich hatte ein schreckiges klang gerade erst so wie die die phantome ok bis sie hingehen die wg der weg wieso leid um dich wirklich ich hab's von seiner aus seiner misere befreit ok don't judge me normalerweise töte ich keine pferde in minecraft außer in solchen fällen manchmal ist speed gar nicht so gut ok gehen wir nach hause lustig wenn das sowieso erst hinterher so ein bisschen ein nachlädt ok hat das hier schon ein bisschen cinema lock werden wieder sehr viel holzkohle herstellen glaube ich sobald wir die alle komplett geschält haben ok hier haben wir hier noch okay ich kann noch ein bracelet tragen mal gucken welchen haben wir denn da wir haben hier einen mit strength und luck was sehr cool wäre hier haben wir keinen schluck aber hier war noch irgendwo hier ist noch einer mit luck alleine packen wir alles wieder hier rüber donna we irgendwie will im 6 dass gar nicht 98 doch nehmen danke wir müssen wie ein färben könnte aber ich glaube dafür habe ich gerade nicht ja dann haben wir jetzt sozusagen das erste abkommen aus roten schönes rotes wunderschöner kontrast zum rest des zimmers aber dann claim ich jetzt mein erstes zimmer mein zimmer mein höchst eigenes ich hätte gerne ruhe welche view hätte ich gern nach den seiten wenn es ich glaube ich hätte gern das hier was natürlich sein muss wir müssen katzen verteilen weil wir mehr die türen würden hier wäre merkwürdig aussehen es muss jetzt schon irgendwas passendes sein entweder halten wir machen die wieder in denselben braun töne wie das brauche ich noch in denselben braun töne wie die anderen türen uns wird das uneinheitlich außerdem sieht es uns wirklich ein bisschen zu bunt aus und dann muss irgendwann noch ein dach drüber ich glaube die zink setzlinge die konnte man glaube ich auch verkompostieren deswegen kommen die jetzt weil wir haben ja hier da kommt bestimmt noch mal ein setzling raus das ist gar kein problem ich wollte gerade sagen wo tropft hier runter aber nee es tropft nicht hier glüht es nur shanty shanty shanty